Herzlich Willkommen zu meinem neuesten Videoblog. Ich hoffe ihr hattet ein paar wunderschöne Feiertage über Weihnachten bei euren Lieben zu Hause oder wo auch immer ihr gefeiert habt. Normalerweise gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jedes Jahr eine neue Prophetie veröffentlichen, was das kommende Jahr zu bringen wird. Als ich aber dieses Jahr bei meinen Eltern zu Hause war, habe ich Gott gefragt, ob es irgendetwas gibt, was er mir sagen möchte für das kommende Jahr. Und siehe da, ich habe etwas empfangen, was ich euch hiermit weitergeben will. Bevor ich das weitergeben möchte, was ich meine für das Jahr 2012 empfangen zu haben, möchte ich kurz auf das Wesen der Prophetie eingehen. Vor allem, wenn wir uns ein festen Zeitrahmen anschauen, wie das Jahr 2012, sind wir geneigt dazu, beurteilen zu wollen, ob Dinge passiert sind oder ob sie eben nicht passiert sind. Weil wir sagen, okay, das Jahr 2012 ist vorbei. Ist es passiert, was prophezeit wurde oder ist es nicht passiert? Und ich denke, bei Prophetie geht es eher um diese Zeitphasen, Season, wie man im Englischen sagt, wo wir nicht genau wissen, wie lange diese Zeitphase anhält. Denn Gott spricht aus der Ewigkeit heraus, die zeitlos ist. Und wir haben ein sehr begrenztes Empfinden, was denn da jetzt wichtig ist. Und so haben wir vielleicht die Tendenz, Sachen in einen Zeitrahmen zu pressen, den Gott aber gar nicht ausdrücken wollte, mit der Prophetie, die er uns gegeben hat. Und so ist es wichtig zu wissen, dass diese Zeitphasen unterschiedlich lang sein können. Es können wenige Tage, wenige Wochen, mehrere Monate sein, vielleicht sogar Jahrzehnte. Und was es noch schwieriger macht, dass gewisse Zeitphasen sich auch überlappen. Und wir wissen jetzt gar nicht, wann hat die eine aufgehört und wann hat die andere angefangen, weil wir vielleicht dann auch in so einer Übergangsphase sind. Nun möchte ich das weitergeben, was ich jetzt eben konkret gehört habe. Und es ist eigentlich ziemlich simpel. Es ist nämlich einfach das Wort anders. Und ich finde es sehr spannend, vor ein paar Tagen hatten wir ja die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten gehabt. Und ich finde es sehr spannend, dass er genau dieses Buch, was ich jetzt auch als Aufhänger für mein Video hernehmen wollte, darin erwähnt hat. Er sprach nämlich von dem Buch irgendwie anders. Es ist eines meiner Lieblingsbilderbücher und in diesem Buch geht es um ein, nennen wir es mal kleines Monster, das irgendwie dauernd aneckt, weil es eben irgendwie anders, wie seine Zeit genossen ist. Nun möchte ich ausführen, wie man dieses anders anwenden kann, was man sich dann darunter vorstellen kann. Es gibt jetzt einige Beispiele, die ich bringen möchte, aber ich glaube, wir können auch eine Vielzahl anderer Sachen bringen. Aber das sind einfach die Sachen, die mir jetzt spontan gekommen sind. Und zuerst fällt mir ein, dass es die Leute leichter haben, die es gelernt haben, andere Wege zu gehen. Ich glaube, die Zeit, die vor uns liegt, da werden die Sachen, die bisher funktioniert haben, nicht mehr funktionieren. Wir werden an unsere Grenzen stoßen, wenn wir aus eigener Kraft leben, wenn wir das machen wollen, wie wir es immer schon gemacht haben. Und ich glaube, dass die Leute gut vorwärts kommen, dass die Erfolg haben, die gelernt haben, es anders zu machen. Ich glaube, dass dieses anders sich vor allem auf den christlichen Bereich bezieht, wie wir mit Jesus leben, wie wir Gott erfahren, wie wir versuchen, Gemeinde gleich Gottes zu bauen. Und ich glaube, dass Gott uns auf andere Weise begegnet hat und dass wir Gott auf andere Weise erfahren sollen. Maria Magdalena hatte Schwierigkeiten, Jesus nach der Auferstehung zu erkennen, weil sie gewohnt war, wie sie Jesus erlebt. Und weil sie nicht bereit war und nicht offen dafür war, Jesus auf neue Weise zu erleben, so hat sie gesagt, dass Jesus der Gärtner ist. Das Gute daran ist aber, dass Jesus ja wusste, dass sie Schwierigkeiten damit haben würde und er hat ihr geholfen, sich zu erkennen. Er hat sie nämlich bei ihrem Namen gerufen und da wusste sie, ah, das ist Jesus, denn der Gärtner kennt die Gärtner. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass wir neue Wege gehen, dass wir irgendwie Gott uns anders nahen, dass wir erkennen, dass Gott uns anders begegnet wird. Ganz allgemein glaube ich, dass es nun einfach die Zeit sein wird, der Leute, die anders sind, die immer irgendwie runtergefallen sind, die sich nicht dazugehört, sehr ruhig gefühlt haben, die ausgegrenzt wurden, weil sie so anders waren, genau wie die Figur aus dem Buch irgendwie anders. Und ich glaube, dass jetzt ihre große Stunde geschlagen hat, weil sie lernen mussten, anders zu sein, weil sie lernen mussten, neue Wege zu gehen, weil sie eben nicht mit dem Mainstream mitlaufen konnten. Und von daher denke ich, dass jetzt die Stunde der Leute es eh anders sind. Jetzt will ich am Schluss noch von einer Sache sprechen. Und ich glaube, auch hineingehört in diese Kategorie anders, nämlich ich glaube, dass dieses Jahr etwas Besonderes mit den Kindern passieren wird. Interessanterweise hatte ich selber einige Eindrücke, die sich auf Kinder gezogen haben. Ich habe dieses Video-Audio gehostet von Stephen Bries und seiner Prophetie, wo Kinder eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, dass Gott die Kinder auch hervorheben wird. Und dass es anders, als wir es gewohnt sind, Gott ihnen Sachen geben wird, die wichtig sind und die neu sind auf ihre Weise. Und dass es sehr wichtig ist, dass wir richtig damit umgehen, dass wir das schützen, was Gott den Kindern gibt. Dass wir ihr Wesen schützen, weil sie ja noch unerfahren sind. Und sie wissen nicht, wie die Welt sein kann, was auch so los stimmt. Wie Leute eifersüchtig sein können, weil sie ja viel jünger sind als die erfahrenen Alten, die ja eigentlich wissen müssten, wie es lang geht. Und wie es ja schon immer so noch machen kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir schauen, was die Kinder tun. Was Gott den Kindern geben will. Dass wir ein Augenmerk darauf richten. Zum Schluss des Videos möchte ich gerne noch für uns beten. Dass wir die Dinge empfangen, dass wir das ergreifen, was Gott für uns hat. Und dass wir eben lernen, anders zu denken, anders zu glauben, anders zu empfangen, anders zu gehen. Jesus, ich danke dir, dass du sprichst. Ich danke dir, dass du ein Herz hast, dass du dich von uns mitteilen willst. Und ich danke dir, dass du jemand bist, der Neues tut. Du sagst, siehe, ich mache alles neu. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich danke dir, dass du weißt, wie es uns geht und dass es uns schwerfällt, Neues zu tun, neue Wege zu gehen, weil wir an dem Alten festhalten, weil wir das Ungewohnte nicht ergreifen wollen. Weil wir Angst vor dem Ungewohnten haben. Weil wir an dem Alten festhalten, weil wir einfach wissen, wie das funktioniert. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, in das Neue reinzugehen. Das Neue zu empfangen. Danke, dass wir dich suchen dürfen, dass wir dich fragen dürfen, wie das denn funktionieren soll mit dem Neuen. Wie das denn funktionieren soll mit dem Anderssein. Ich danke dir, dass du mit uns bist und dass du für uns bist. Danke, dass du dich gerne suchen lässt und dass wir dich finden dürfen, weil du versprochen hast, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Danke dir dafür, Jesus. Amen. Ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr, einen guten Start ins neue Jahr. Feiert schönsten Wester und hat ein erfolgreiches Jahr und vor allem ein wunderbares Jahr mit Jesus, wo ihr Jesus besser kennenlernt, den Vater besser kennenlernt, wo ihr euch besser vom Heiligen Geist leitet. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für das Lesen meines Blogs. Ich freue mich über Kommentare, die ihr hinterlasst. Seid gesegnet.